Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Flash Game Runde, und zwar Snakes 3D oder 3D, je nachdem wie ihr aussprechen wollt. Und man hört, meine Stimme ist leichter Marsch, glaube ich. Weiß nicht, wie das sich jetzt anhört. Ich habe eben das Spiel schon mal aufgenommen, aber, jetzt kommt das aber, ja, Aufnahme habe ich aus Versehen. Gestoppt. Und dann, hätte die Hälfte gefehlt, naja, 2 Sekunden, und deswegen mache ich das komplett jetzt alles neu. Und wir waren auf Platz 2. Kann man, weil man ja nicht mit WAZDs scheuen kann, muss man ja, leider, muss man so sagen, mit Pfeiltasten spielen. Und da ich, ja, neben den Pfeiltasten die Namen habe, also rechts die Zahlen, benutze ich immer, und 0 ist die Aufnahme, da bin ich gegengekommen. Und, könnte alles so verschwenden. Ja, was man über das Spiel so sagen kann, ist, es ist halt ein beliebiges IO-Spiel, bloß in 3D. Okay, ja, dann kann ich da oben links die Anzeige nochmal erklären, und zwar, FPS ist klar, 30, 30, US 100%, keine Ahnung. Ähm, maß, wie lange wir sind, jetzt aktuell 334, und alter, sind die Sekunden, wie lange wir schon überlebt haben. Ja, das war's mit das ganze Spiel. Ja, mehr ist das nicht. Weder Sound, noch, äh, irgendwas hat dieses Spiel. Also, kann man sagen, die Größe, abfuck, nicht abfuck, aber scheiß Game. Ja, macht nur Spaß. Und wie gesagt, das Größte hier, ist halt, dass man, also das Beste ist, dass man die Größten hier aufnimmt, weil, dann wächst die Schlange am längsten, weil, ja, auch reinbeißen in das Größte ist sehr viel Schlange, denn halt, dass es länger wird. So, und das da vorne sieht sehr gut aus. Alter, was ist das für eine geile Wiese? Da wird unsere Schlange ganz schön groß. Ja, und am Ende, also, wenn ihr es jetzt am Ende, bis Ende guckt, weiß ich auch nicht, warum ihr es jetzt zum Ende gucken wollt, dieses Game, bleibt dran, da sag ich was. Wenn ich's nicht vergesse. Wenn nicht, kann ich's rein editieren. Ja. Ich weiß nicht, wie hört meine Stimmen sich eigentlich an? Also, ich fühl mich so leicht heiser, irgendwie. Aber solange ich das schaffe, ein Video dazu zu machen, also, noch mit meiner, ähm, wunderbaren, schönen Stimme, oder hässlichen, was, whatever, ähm, ist alles gut. Ich glaub, es klingt auch lustig, wenn jemand heiser ist und seine Videos weiterführt. Kann man so sagen, ne? Ja. Und zwar, ähm, kann man auch zu das, äh, Ding, sie sagen, dieses Game hier, was er für 100 Euro gibt, nee, kostenlos auf, ja, wie gesagt, unten immer verlinkt, das Spiel, ähm, ja, der Tod, das ist die geilste Animation 2016, ganz ehrlich. Das ist geiler, als die Steine, äh, gemacht sind. Weil, ist kostenlos. Das sagt schon mal alles, nicht alles, aber okay. Ja. Das ist ja 50 Folgen Flash Game, also die längste Serie, die ich bis jetzt auf meinem Kanal hab. Ja. Das ist auch nicht wirklich schwer. Weil ich sehr viele Projekte angefangen hab, aber wieder beendet. Äh, zum Beispiel Euro Truck Simulator hätte ich echt mal wieder Bock. Äh, natürlich mit Lenkrad. Aber, das Problem ist halt, ja, ich, ja, was daran angeht, Problem gar nichts. Aber der, da, dumme Nuss. Ja, es gibt kein Problem, ich hätte echt wieder Bock. Also mach ich das mal bestimmt irgendwann wieder. Also, äh, ach ja, die kann noch schneller werden. Indem wir Space drücken. Drücken. Aber, das kostet da oben Punktanzahl. Deswegen, können wir auch uns ohne Speed 4 bewegen. jetzt zum Häusentadel, oder? Gegen Fels. Ja, folgt ihr sehen. Schnell, jetzt 3, ihr habt 3 Sekunden zum, also, zum Wählen. Ja oder nein? und ich zähle jetzt mal runter. 3, 2, 1, 0. Jetzt müssen wir es zu spannend machen, wie, jede Castingshow das macht. Und der Sieger ist, von Wahlberechtigung, zwar falsch, aber Snakes 3D, 2016, ist, das seht ihr nach dieser Bewerbung. Nee, Spaß. Wir knallen gegen, gleich nicht, dagegen, pass auf, pass auf, also, nicht traurig sein. Eure Stimmen haben natürlich gezählt. Hm? Hm? Nein. Okay. Machen wir noch? Sagen wir? Ja, scheiß drauf. Wir machen einfach, blöd, also, den Rekord will man auch nicht, ist sehr peinlich, wenn man in so ein Spiel so einen Rekord hat. Naja, dann würde ich sagen, es ist gut da. Hierzwischen, ne? Einfach den zwischen. Na du? Ja, guck, der hat uns alles versaut. Der hat den da vorne, einfach strange. Strange on. Den kommen wir bestimmt an. Aha, das ist geil. Oh, Entschuldigung. Voll unhöflich. Aber, tut mir echt leid. Guck mal, das ist Germany. Naja, ich freue mich über ihn. Dislike schon mal? Ja, Dislike und nicht like? Dislike? Jetzt. Episch, oder? Geil, ey. Na ja, dann würde ich auch sagen, Ciao.